Wir sind TK-Mittel und Soft-Self. Tele. Deto. W-Ford! W-Feel! W-O-O-O-O-O-O-O-O! Oh, die Jett, muss ich noch mal hin. Sorry, er kam. Wir haben uns reingeschwimmen, ja. Wir haben uns reingeschwimmen, ja. Wir haben uns reingeschwimmen, ja. Wir haben uns reingeschwimmen. Wir werden uns reingeschwimmen. Wir werden uns reingeschwimmen. Wir werden uns reingeschwimmen. Oh, was ist das? Ah, es heißt, ob. Er hat jetzt bald. Kann sein, dass ich das war. Er hat das Pizze gequert gestellt und Fliegenstrahl frei. Ich bin mir leid, dass das war. Ich bin mir leid, dass das war. Ich bin mir leid. Ich bin mir leid. Ich bin mir leid. Ich bin mir leid. Hey, du hast den Pöller umgefahren. Der Gegner ist weg. Stegel. Voila. Man hat welchen Platz. Immer dieser aggressiven Fahrrad. Wollen Sie das für Flügelschaden? Nein, ich bin mir leid. Doch nicht bei 13er. Nicht heilen. Ich darf nicht zuerst rein, dass man besser aufschauen kann. Hast du Angst, Mike? Ja, immer. Oh, brauchst du da nicht. Ich bin mir leid. Ich bin mir leid. Schau mal. Ich sehe dich, Tommy. Ich kann nicht riechen. Ich kann nicht riechen. Komm ran hier, riechen. Ich will echt schnell hier. Ich kann keine Duschen riechen. Ich kann keine Duschen riechen hier dann hier. Hu! Hey! Oh Gott. Was hat der da ja? Okay, du bist in den Top 10. Okay, du bist in den Top 10. Du bist in den Top 10. Okay, du bist in den Top 10. Ja, was soll ich sagen? Wir sind da mitten in der Kurve. Ja, bloß kein Safety-Corps. Nee, 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 ich hab's nicht mehr gesehen. Das ist ein richtiger Schlaggürt, ne? Ey, dass da kein Safety-Car kommt, das ist das Müll-Spiel. Ja. Ist doch logisch. Aber das Müll-Spiel ohne Nummer 4? Ja. Nein! Ah, ich glaube, dass du Gelb hast, ey. Was ist das denn da? Nein, Gelb war gerade, ich konnte mich angreifen. Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr, ja. Na ja, kann ich noch einen Schad schleppen. Mach das. Aber ich glaube, Dennis gibt hier vorne auch gleich Flügel, wa? Keine Ahnung. Ah, was? Das ist da eigentlich noch dran, Dennis. Ich muss ja jetzt noch drin bleiben, weil... Ja. ...nachbespächtig. Ich weiß nicht, bei der Nachbespächtig haben wir ja nicht viel zu bleiben. Ich muss ja nicht noch zu klein wissen. Das war für alle. Das war für alle. Und da ist es sehr hoch. Oh man, Alter. Ich muss jetzt kotzen, das. Wo ist denn jetzt ein Krass? Das ist der Schauspieler. Ich hatte gerade nicht, da habe ich auf eine normale Hut kommen. Oh, sorry. Das ist gut. Boah, dann war das knapp. Klingeln wir dran? Ja, ja. Ey, das ist so nervig. Lebs kommt so gut aus der letzten Gruppe raus, der Dixer. Richtig. Ja, so ist gut. Den muss man das Pett schieben. Dennis, fährst du da zickzack oder bilde ich mir das noch rein? Nein. Okay. Ich weiß nicht, was das manchmal ist. Ich schattelte einmal hoch und dann schattelte zweimal hoch. Wenn ich vor möchte. Dann hast du Automatik drin. Nein, habe ich nicht. Wer jetzt mein Vater? Wollte ich nämlich auch gerade sagen. Er hat nur einmal hoch und dann schattelte zweimal hoch. Kommt direkt mal, war nicht die Beste. Tommi stinkt mich auch schon am Auslauf. Sehr gut, Tommi. Was ist denn hier los? Was ist hier? Echt? Finde ich nicht. Wie gesagt, warum kann ich hohen Schatten schon ja ver... Ey, das verschmerzt sich immer schon hier. Dennis, das haben zu lupen. Was ist denn hier? Ja, Wolfgang, Alter. Und schaltet jetzt nicht alle auf, wie gesagt hast du? Weil, sind deine Schaltfoten kaputt? Eigentlich nicht, ja. Und ich würde wirklich mal nachgucken, ob du Automatik drin hast. Ich kann dich das vielleicht aufhause machen, wenn man Peter mir ist. Gucken wir uns auch nochmal. Nehm. Nehm. Oh. Nehm. Nehm. Also Dennis wird bei mir als A.I. anzeigen, aber er ist dann gerade raus. Ja, komisch. Und vielleicht noch mal die Schatten. Wie ist das? Ja, sorry, Mike. Ich lasse dich vorbei. Das war ein... Vollverbremst. Bei Frau mir ist Dennis gesprungen, weil er sich ja rausgetrappt hat. Hey, ich hab... Nicht überwurzelt wäre das für eine geile Ausgangsposition, aber... Ne, ne, denn das war nicht der Angeschulte. Ich hab mich bloß grafbar irritieren lassen und hab dann bei Mike total richtig stoppen. Ich hab mir aber eine schöne Strafe dafür abgeholt. Oh. War der Fehler. Ja, den Grillen fahre. Hilf. Hilf. Ich hab eine Chance, Alter. Das biegert mich gerade. Jetzt hab ich dich mit Mike. Mhm. Ja, du rein. Oh, I don't think so. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 46,7 Sekunden. Ich hab mich ja nur unterredet. Ey, Kas war bei Mimi reingefahren. Aber er hat auch nichts. Hä, ich bin ja einfach vorbeigefahren. Nee, bei Mimi hast du mich berührt. Komisch. Lustigerweise. Ja, ich hab mich auch entschuldigt. Ich gehöre auch noch nicht im Rhythmus. Das nervt mich gerade. Was ist denn das? Ich bin linker halt auch einfach. Oh, der liegt. Oh, der liegt. Das macht gerade schon wieder viel zu viel Spaß irgendwie. Nee, nee. Alles gut. Ich kann nur eine ganz leichte Begleitung. Wirklich. Leicht. Okay. Oh, PJ, Achtung. Oh, nein. Achtung. Eid, put it in. Eid. Eid. Eid, eid. Ikan auch Platz gelassen. Ich kann Maik schon den Doppelwitschatten nutzen. Eid. Ich glaube nur, sie kommt. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,4 Sekunden. Doch, holt jetzt in der Kurve. Das ist richtig. Was ist los mit der Gruppe? Ich bleibe das erste Mal. Los Mike, dass du schrägst aus die Gruppe gekommen, weil ich war ja schon... Oho, Fanny. Auch DRS, Alter, da ist schön DRS, ja. Ja, schön mal. Voller Reihe. 65. Ja, ne, 47. Ja, das merkt man halt auf der Statue gerade. Ich komme einen rahmen Winkel raus, aber das reicht nicht. Ich habe den Stapel da rausgegeben, bevor der... Oh, danke. Warum, das sind... Ich hatte kurzen Stapel da aus. Ich habe kurzen Stapel da rausgegeben, bevor der... Ich habe kurzen Stapel da rausgegeben, bevor der... Oh, der ist erzielt. Ach, Mann, ey. Malagand hätte es durch aufhalten können, ey. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt, bringen eine Strafe für gefährliches Paarerweißen. Aber was kriegst du denn die Feste denn nun, bitte? 2-6. Wieso kriegt der DS, Alter? 3-6. 3-6? Wieso, was habt ihr denn? 4-6. 3-6. 4-7. 3-6. 1-11. Ich bin mir grad selber nicht mehr so sicher, muss ich gestohlen. Müsste es auch 4-6 sein. Ach so, 4-6 sein, okay. Ich weiß nicht, ich mach mir nicht mehr, dass ich auf die 6 oder 7 mehr hätte. Trotzdem reicht es, dass wir auf der geraden, äh, nicht verteidigen können. Aber ist gut denn mit dem Team-Channel oder ist er muted? Ich bin da. Was ist los, Donnie? Ich hab ihn noch nicht einmal gehört. Ja, ich möchte ja nicht, dass hier jemand weint. Ah, hallo. Hi. Ja, ich glaube, er muss eine Zeit absetzen, glaube ich. Ach so. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. So kommt beide los 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 los. Ah, die schnuppert uns, Donnie. Ihr fällt mir. Dir auch? Was? Oh. Bei mir war es schon ein bisschen knapp. Wir denkst du noch recht rüber. Ja. Wir denkst du noch rüber hier fahren, dass ich ihn berühre. Bitte. Ja. Nee, meinst du die erste Kunde kündigt? Das war das Fall, und ihr seid ehrlich. Oh, Tommy. Sorry, sorry. Alles gut, hab dich. Oh, da hinter mir ist meine Fuß. Alle tanz noch? Nee, nee. Ich hab mich nicht klar. Aber ist er schuld. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie die... Nein, nein. Ich habe viel zu öffnen. Nein. Ah, verbremst. Ich muss mich jetzt auf meine neue Flügelsituation einstellen. Na, das ist ja so, aber die sieht aber auch nicht rund aus hier. Du machst ein paar Reifen, Alter. Ach so. Jetzt auch schon ein 15 Prozent hinter sich an. Ja, ja. Immer auf die Reifen stehen. Liegt der nicht am Fast? Nein. Was ist da drin? Da draußen? Ich bin da draußen. Ach, du hast ja Geld, wa? Richtig. Jörg, warst du schon drin? Nö. Ich bin das Rennen noch... Die ist noch nicht einmal in freier Luft gefahren. Boah, ich kenne nur... Alter, das haben wir alles genannt. Äh, nein. Moment, ich glaube ein bisschen da schrägte. Ja, ich... Ich, ich, ich... Das Ding ist, dass Blabs... Also ich komme fast genauso gut raus wie Blabs, obwohl ich Dirt Air habe, aber das Problem ist... Oh, scheiße, ich habe schon gekriegt... Oh Leute, ich habe nichts abgekriegt. Also... Nichts, ihr merkt. Ich hoffe, du hast keinen großen Schaden angekriegt. Hast du geschaden? Ah, schade, ist ja wie bei mir. Warte einfach mal hinter mir. Warte einfach mal was mit der Hände teleportiert, ne? Ja. Ja. Aber... Ja, ich... Ja, ich... Schade, ne? Ja. Boah, cool das. Wie so blaue Frage, Alter. Was machen wir denn hier? Boah. Oh, 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 oh. Boah, Alter. Tommy, das wirkt im Disney-Nacht-Sieksal. Echt? Nee. Ja, die Reife ist so scheiße. Dann wird sich für eine Richtung entschieden und dann passt sich noch ein andersrum. Das habe ich das ganze Rennen schon gemacht. Fühlt sich so... Kein Ripper. Im Training fühlt sich das ganz gut an. Ich bin mit meinem Auto sehr zufrieden. Aber ich kann es halt unbedingt in der Dirty Air bewerten. Es fühlt sich in der Dirty auch relativ gut an. Ich will doch wissen, wie es so ein Clean Air ist. Bremst noch. Nein. Weil das ist doch genau das, was Blebsken hätte. Dass ich nicht mehr innerhalb von der Sekunde in dem da rumgurke. So. Abfickt sich selbst dann aber wieder mitgegangen zu den Herzen an. Ja. Was lässt sich vorbei? So einfach? Nee. 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 Komm schon, 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 komm schon. Ach, den kriegst du schon hin. Aber so macht's doch Laune. Das ist richtig, aber jetzt hast du natürlich die aufgeladenen Reifen und ich nicht. Ja, aber dafür halten wir eine länger. Kein Risiko. Halt mal Tommi ein bisschen auf, der ist heute drauf. Ein Zeichen, dass du die Werte machen solltest mit der Liga hier. Hey PJ, war das etwa ein Abkürzen? Nein, war nicht. Was? Hab ich auch gestaunt. Ich hab schon genug Strafen. Ich definiere genug. 8 Sekunden. Ich glaub mal 8. Nee, ich hab einmal 5 vollkommen und einmal 3. Und ich dachte, die 5er setze ich an der Box ab, aber hat er nicht gemacht. Alex, wann gehst du? Jetzt. Yeah... Postbrechen, weil da jetzt kommt wieder runter. Komm, 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 ja das smarten mich. Da kommt ja der Windschattenstörung, alles klar! Kuckuck, Kraft um Ferrari um тех gerade macht es gut, die decibel nicht! Der nächste ist der nächste, der mich knatscht. Jesse ist der nächste. Der ist doch Fasern unterwegs. Bei einem Schöpf-3-Müll-Boot vielleicht. Tipp auf Harten, du bist ja in der Staten. Ein Aufer-Cut. Was der im Pressure wickelt. Geiler Box ist doch 2,2. Wow. Pssst. Das greift halt nicht drüber. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,8 Sekunden. Hallo Motor. Motor. Super Tommy, hast du echt wüt gemacht. Ich höre der Klatsch. Schnapp am Grad die Hände voll. Fahr rechts, ganz vorne. Oh Gott. Dennis, ich komm auch noch da. Ja, ich hab das drüber. Nein, Mike. Ich glaub, ich bleib auf der rechten Seite. Stimmt, passt alles. Ich glaub, da drüben anpackst du's. Du doch eine. Alter, hab ich das Auto grad wieder aufgefallen. Was? Scheiße. Sorry, Tommy. Halt gut. Halt gut. Das ist ja mein Brot. Das war Kunde für zwei, ne? Stopp. Ja, aber du darfst doch nicht in der Kurve bremsen. Fahr da. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Körper nachherrscht ist. Das ist der Ende der Kurve, ich lass dich kurz vorbei. Komm, 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 komm. Geil, komm. Fahr da. Ich guck mich jetzt sagen. Nicht, dass das denn hier irgendwie will auch. Der denn jetzt knappt sich hier auch mal raus, aber... Sauber, Mader, sauber. Mader, wir hätten jetzt ihn aufhalten müssen. Nicht jetzt noch mal ein bisschen besprechen, was hier. Warte. Wir kriegen noch. Alter, wir kriegen das drin. Komm, 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 komm. Donnie war jetzt am Augenblick hier. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wollte mal gucken, was passiert. Ach, echt, ja? Aber du hast tatsächlich den gehalten, hab ich nicht erwartet. Ja, ich auch nicht, ich auch nicht. Aber wollte ich mir auch nicht bieten lassen. So ist richtig, so ist richtig. Du kriegst mich jetzt eh auch gleich auf der Decke dran. Warm. Nein. Oh, sorry, das war eine leichte Bewegung. Ne, ich hab nichts gespürt. Aber danke. Hab auch keinen Fluch getan. Ach, schade. Hehehe. So eine Sache, wenn du halt auch in einer DRS hast, ist das so schwierig. Aber ich glaube, du kommst schneller raus aus den Kurven. Ja, ich hab' noch was passieren. Puh, da krieg ich die Verwandlung. Sehr gut. Donny, 12. oder was? Jetzt 11. Ein gewohntes Bild, warst du, Donny? Ja, geht's. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 36,1,1. Ja, ich bin... Also, war ein bisschen überrascht, aber Kenny hat keinen Schritten, Kenny hat ihn draufgefangen. Ja, das war aber einfach, weil ich es falsch eingeschätzt habe, alles insgesamt, was da passiert ist. Ja, das ist so geil. Ob Zapfen wir uns echt gerne, das stimmt. Ja. Das kommt wohl, ja. Gut fresh. Woll, wolltest du gerade in die Box packen? Lass mich auf den Rang vorbei. Ich hab's zwar nur so ein klein bisschen gesehen, aber es sah cool aus. Auf einmal, bist du so noch rechts in der Box. Danke, Donner. Ich bin jetzt zu weit weg. Ja. Um jetzt angreifen, bin ich zu weit weg, ne? Danke, Mann. Richtig, schön. Ich bin auch ein bisschen traurig, Marge. Ja, ich hab mich auch nicht angreifen. Ja, jetzt hätte ich die Vorkommission ja ohne Ende. Hallo, was ist das wirklich? Da bin ich dort. Das ist der Dicke. Da es mit den Medien ist. Ah, das fachst du das, ey. Zeitstrafe erhalten, die mit der Gesamtrennzeit verrechnet wird. Heute läuft es nicht sehr schlecht, ey. Es ist recht. Ja, ich hab mich gewundert, dass ich dich auf den langsamen Reifen abgehakt habe. Komm schon. Ja, ey. Der kommt so toll über den Vorderreifen, ich weiß nicht warum. So, weil wir ja Vering liefert haben, Vering ist sehr gut. Ja, die sind super. Sechs Runden fahren, haben vorne 61% auf dem linken Reifen. Donnie lauert immer. Ja, Donnie tankt sich drauf und dann greift er an. Ja, so gut tanken kann ich ja gar nicht. Ne, Donnie. Ja, ich dachte nachher, gehst du vor. Ja, und keiner. DJ? Ja. Merkst du, Philipp? Irgendwie. Danke. Der macht ja ab dem Macht-Berliner ab, woanders rum, wa? Mach mal ne Exus-Reifen. Welchen Nerven. Ach, hat Tommi sein Mikrofon gefixt? Das Boxen, das Fenster hat sich geöffnet. Ich hör ihn nicht, falls er antworten sollte, weil ich hatte ihn auf dem YouTube schon vorhin von dem Ding. Ach so, ja, ist alles gut. Ach so, er hört mich nicht. Das wollte ich gerade sagen. Ja, Tommi sagt, es ist alles gut. Er hört dich. Okay, okay. Ja, sorry, dann. Ich hab vergesst zu anwenden. Na ja, wir können es ja übermitteln, falls ihr euch austauschen wollt. Aber Tommi, äh, Tommi hört dich. Gut. Das ist so lange, aber ich tut mir ganz gut und ein nächster Tommi. Tommi sagt, dass ich nicht leiden kann. Ja, wir gucken uns. 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 Oh, was ist denn los? Das macht doch Spaß. Huuu, los. Ich hab noch die Pfeile gesehen, Moni. Danke, hast du gut gemacht. Ach so, Rotte, ich geh recht drüber und komm. Fahr raus, fahr jetzt raus. Danke schön. Okay. Mann, was ist das gerade hinter mir? Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Warte, ich bleib vielleicht ganz rechts. Rücksicht und zurück. Risse, kannst du mich hören? Okay, alles klar. Aber Dennis kann mich hören, oder? Ja. Frag mal deinen Vordermann, wieviel Zeit strafen wir haben. Das wär ja allein ich. Ne, war ich nicht hören. Ich hab auch genug Zeit strafen. Schnell. Ja, aber nie frag mal. Ich hab auch genug Zeit gemacht, bis nicht viel er schon geoffert hat. Hm. Tom. LK 22 und 1. Gib der Renault-Mutter nicht her, sorry. Alter, so ne. Ja, ich hab gedacht, du willst dich überholen. Bitte. 12,0. Alles klar. Ich bedanke mich. Oh, scheiße. Abfremd ist das scheiße. Sie fahren mit alten Weichnerissen. Ihre Reifen sind neun. Ich hab drüber an, ob du es trotzdem für ein Exo sagst, Alter. Hilf dir, ich kann's mal Kopi wie ich haben. Ja, mach. Abstand zum Hintermann beträgt 2,0 Sekunden. Loh. Nein, Dennis bitte. Nee, jubel. Da war hinter mir, es war Bonn. Okay. Ja, aber du liest doch langsam. Ja nee, der geht nicht gut. Woah, komm, das war schwer. Mach mal rein. Die vorherreifende Beterin-Fahrt. Boah, gattier ist. Den ist 18 Sekunden, hab ich raus gehört. Boah, jetzt ist schon wieder mehr geworden. Okay. Was ist mit der Schaltung hier los, äh, komisch. Habst du geholt, ich schon noch Schaltung. Was denn da, ey. Ich hab's nicht so fast gemacht, ey. Ich hab's nicht so fast gemacht, ey. Träte ich ja aus, das ist ein Mann. Scheiße. Oh, nein, Schätzi geht's mit mir auch noch. Junge, was war das denn? Uff! Boah! Oh mein Gott, Leute, quitt das mal einer. Quitt das mal einer. Das hat mir fast nicht gesagt. Das, ja, aber beinahe, ey. Grüß, Digga. Gott, was schaffst du vor? Äh, eigentlich gar nix. Das sah aber auch ganz anders aus. Eigentlich kannst du den Sport hinter dir herfangen gerade. What the fuck, was hat der Dude davor? Warum ich bin in der Strecke geblieben, bis er das Klappste? Bis mich auch auf meiner Hand geräumt. Wir sind ja nicht beim Bowling. Der Bowling hat 10. Fahrer vor mir. Hat Bowling nicht 12? Nein. Bowling hast du auch 3, oder? Ich hab auch 3, oder? Ich hab auch 3, oder? Kommt, Bowling. Der Wagen hat eine Zeitstrafe von 12. Wir haben mehr. Wollen wir das anschieben? 5 Sekundenstrafe! Siegerwarte mehr. 5 Sekundenabstand zu deinem Intermeister. 5 Sekundenstrafe. Und Dennis? Ich glaube, ich komme. Ja, Moment. Ich erscheine einen. Danke dir. Aber ich bin auch nicht mehr. Nein! Ich bin auch nicht zufrieden, ich dreh ab hier. Ich hab keinen Gott verstanden. Hauptsache, ich bin auch nicht mehr drin, ja. Ja. Welchen Platz bist du denn? Rechts. Ja, dann noch hoch. Kriegst du den 15. noch? Nein. Ich bin zufrieden. Du? Heyy. Wie lösen wir das Problem jetzt? Chess war? Der ist vor mir. ja ja jetzt warten können wir sie gerade aber danke geil ich hab hier nichts mehr zu vollziehen so gut kaputt hab ich nicht vor warkaufsätze ich mach jetzt direkt das Wetterbier ey das ist ihr beide da vorne ok 4,5 Sekunden sie fahren mit alten Habengreifen ihre Reifen sind 10 Runden alt die letzte Rundenzeit lag bei 1,19,2 der Wagen hat eine Zeitstrafe von 3,0 Lung Mardai Dankeschön komm 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 2 Mardai wir können nicht länger mit dieser Motoreinstellung fahren wir sind ungefähr ist das da drüben der Kampf um Platz 6 müssen wir euch bereiten? nein mal eine Runde wir treffen uns wir treffen uns wir sind alle schon vorbei dann ja Boah Digga ist jetzt der ist auch im Glück hast du extra Boah scheiße ey nein ich habe sie mal kurz die Appfragen wie viel Zeitohrmöre ich habe aber 5 1 2 1 2 1 2 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020